Schon wieder Sodbrennen und schon wieder zu herkömmlichen Mitteln greifen und immer wieder besser einmal täglich OMAP akut bis zu zwei Wochen nehmen und... ... Oh, dear. Dafür, dass ich keine Spätzle mag. Das ist kein Pfannkuchen, aber das ist ein Pfannkuchen. Aus dem Milchanteil ist es eigentlich das gleiche. Aber gut. Jetzt haben wir ein leckeres Süßchen dazu. Das ist ein Pfannkuchen. 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 Und ich. Das ist ein Pfannkuchen. Es kommt dann K forth. Also macht es zu sein. Es ist das Pfannkuchen. Dann sagt halt das Pfannkuchen im posiciónben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.